Oh, seit Dani hat dir was geklaut? So, jetzt alle zuhören. Nein, nein. Ich bin nicht zu fragen da. Damit es einfach ist. Achelia, wo sind wir? Ähm, vor dem Kino. Ja, und wo gehen wir hin? Zu den Chinesen. Ja, weil die Kinder wollten unbedingt zum Chinesen gehen. Und jetzt machen wir das. Herr Klaus ist auch schon da. Ist das ein Mongol da? Musik 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 Jenny, guck mal. Papa, kannst du mal hier fragen? Ja, kann ich. Mama, ich sag mal. Oh, Dani hat dir was geklaut. Papa Kenin, hier. Der ist da. Warte. Dust. 때는 auf. Ja, dust. 북극 zu Schatz, ich wollte gerade machen. Ich verstehe dich nicht. Weißt du was? Ich auch nicht. So, jetzt alles zuhören. Nein, nein. So, Klaus, so. Ich verstehe dich nicht. Vergiss ja, ich verstehe dich nicht. Ehrlich. Ehrlich. Was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Ich erkläre es dir jetzt gerade mal schnell. Oh, ist das schön, wenn es ruhig ist. Das ist nicht wirklich. Ich spreche ein Video. Ja, mach mal. Ja, mach das mal. Ich kaufe ein paar Klamotten. Ja, mach das mal. Ich muss mich auch mal wieder um. Aber mit den Klamotten, die wir da haben. Keiner liebt mich so viel wie die. Keiner liebt mich so viel wie die. Ja, machen wir. So, Parzellin. Sie dachte, das wäre ihre Jacke. Was? Hammer. Mama. Danke, Selen. Nein. Eti. Du, was willst du mal bei mir haben? Ja. 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 Da ist ja noch einer. Was ist das? Keine Ahnung, was ist das her? Zum Klaus Ich gucke, ja? Guck mal, warte an der Oh, wow Das sieht gut aus, Hau, nein Mann, lass das Guck mal, jetzt auf den Pau da Da steht sie da im Snap Ah, sie muss cooler snappen Ich? Cooler? Auf deinem Cooler Ey, ist schon cool, ja? Ich mache manchmal Deutschrap an Ist das nicht cool? Pepe Koray, sie sind Eier, Eier, Eier Edi, guck mal, Edi Wer hat den größeren Staten? Edi, lass dich nicht veräppeln Oh, da ist sie Hau Auch der Kylie Jenner Hat mal ihre Haare Oh, du bist freundlich Bitte aussie die Ihre Haare voll kaputt Echt? Nicht, dass ich mich freue, aber jetzt Ja, und dann? Ja, und dann? Hau, jetzt mal ein guter Papa Ich verstehe es nicht Egal, du bist trotzdem gut Du schiebst mit denen Ist egal, ob du es verstehst oder nichts Johnny guckt Johnny guckt Monster geht Johnny, schläfst du nicht, gell? Okay Wie kommt jemand? Das ist kein Dein Komm Du kannst Oh, was denn? Ach du noch kleiner Kochst du mir jetzt was oder nicht? Ich habe Hunger Ja, hier kommt jemand Dann weiß ich Ja, nein Ach, spielt hier Memory? Wer gewinnt denn? Oh, keiner Warum habt ihr alles umgedreht, wenn ich so Fragen darf? Ja Damit es einfacher ist Damit es einfacher ist Da hast du was zum Essen Was ist das jetzt? Zum Essen Das Essen ist frisches Brot Das ist Brot Ja Das ist Brot Das ist Salat Dankeschön Da fehlt alles oben drauf Ein Stück Brot Ja Das haben wir nicht gemacht Das haben wir nicht gemacht So erzählen Hol mir ein echtes Stück Brot Das ist doch echt Das ist doch echt Das ist doch echt Komm her Komm her Komm her Das ist doch echt Komm her Das ist doch echt Komm her Was machst du denn? Wer hat jetzt Memory gewonnen? Ja Ja Ich hab alle aufgedeckt Da bin ich ja trotzdem nicht mit dem Ja Ja Sind sie auf Instagram bei dir? Ja Aber wie? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Warum postest du nicht mich? Leute? Rate mal! Du bist unfreundlich! Ich bin überhaupt nicht unfreundlich Ich bin überhaupt nicht unfreundlich Ich hab ja auch nichts geklaut Hallo? Ja Ich guck mal wie ich da stehe und was ich da für Künste mache und Patricia versucht mich hier runter zu holen Aber da ich Iron Man persönlich bin Hier auch vorne hier so ein Kind auf mich rumklettert Und Patricia kitzelt und kratzt Stehe ich wie eine Eins Kennt sie? Eine Eins? Du bist gar keine Eins Es wird interessant Leute Was meint ihr das ausgeht? Ich habe keine Ahnung Boah Es fällt runter Hallo Ach so Das war die Karten Ab� 2000 Nein Nein Ich will die Karten Ja das ist ein Aua Ja sag mal Da ist ein Aua Bambu 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 Das ist ein Aua Bambu Jetzt ist der Aua Bambu So ist die Patricia zu ehrlich Das habe ich ihr auch gesagt Aber Das hat nichts mit Oberflägen Das ist kein Problem, weil die Geräte hier natürlich die Kinder überprüfen.